Hallo liebe Modellautofreunde, auch in diesem Jahr wurde die Nürnberger Spielzeugmesse abgesagt. Aber es gibt eine digitale Spielzeugmesse, in der die Händler ihre Modellautoneuheiten vorstellen können. Ich mache wie jedes Jahr einen kleinen Überblick und zeige euch meine Favoriten für das Jahr 2022. Denn einige davon werde ich sicher auch auf meinem Kanal vorstellen. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Georg und auf meinem Kanal stelle ich euch meine Modellautosammlung und natürlich auch neue Modelle vor. Außerdem gibt es Videos rund um das Thema Modellautos, so wie dieses hier. Also, abonniert nicht vergessen und haut auf die Glocke. So, und jetzt zu dem Modellautoneuheiten. Fangen wir mit Autoart an. Ich konnte keine Infos finden, ob die bei dieser digitalen Messe etwas vorgestellt haben. Daher zeige ich euch hier eine lange Liste geplante Ankündigungen. Spannend finde ich darunter den Ashton Martin DBS Superleggera, in diesem coolen Rot. Den Lamborghini Diablo, der in diesem Silber ziemlich zeitlos rüberkommt. Und dann gibt es noch ein schwedisches Königsei, den Königsegg Jesko. Sieht sehr gut aus. CMC hat für dieses Jahr bei einigen Sammlern für eine Überraschung gesorgt. Dies wird bereits bei einschlägigen Kreisen stark diskutiert. CMC macht eine Wiederauflage des sehr begehrten Mercedes 300 SLR von Herrn Uhlenhaut und bringt nebenbei noch drei Varianten dieser Ikone heraus. Außerdem wird es den Ferrari 275 GTB C in weiteren schönen Farben geben. Der rote ist leider noch nicht auf dem Markt. Zudem wurde der Alfa Romeo P3 in sämtlichen Versionen angekündigt. Zwei von drei Modellen werde ich sicher auf diesem Kanal vorstellen. Welche könnten das sein? Schreibt es in die Kommentare. Zu Minichamps habe ich ebenfalls keine Informationen gefunden, ob die bei der digitalen Messe dabei waren. Auf ihrer Webseite gibt es leider auch nicht viele Bilder, aber es wird ein Audi RS6 Avant 2019 in schwarz geben, einen Porsche 911 GT3 RS in diesem schönen Grün und eine Mercedes AMG G360 2018 First Edition. Dann habe ich noch ein interessantes Modell gefunden, wo noch gar kein Bild vorhanden ist und zwar den BMW 635 CSI von 1982 in Silber. Norrhoff hat meines Wissens auch nichts auf diesem Event vorgestellt. Jedenfalls habe ich dazu keine Informationen gefunden. Ich kann euch aber trotzdem kommende Neuheiten zeigen. Es wird dieses Jahr ein Mercedes-Benz 300 CE Coupé von 1990 erscheinen. Von dem habe ich ja auch schon das Cabrio vorgestellt. Link dazu in der Beschreibung oder im i. Außerdem wird der Porsche 356 Speedster von 1954 in diesem tollen Rot kommen. Leider versiegelt. Schade. Den BMW M3 Competition von 2017 in blau wird es auch noch geben. Und einen Klassiker, den Mercedes 300 SL Rollstar. Und außerdem gibt es noch ein US Muscle Car, den Ford Mustang Hardtop von 1965. Auch Schuko hat neue Modellautos angekündigt. Hier zu sehen die BMW Isetta in weinrot bzw. cremeweißer Farbausstattung. Ein Mercedes 300 SL Flügeltürer in Silber. Dazu wurde noch ein aus Resin gefertigter John Deere 7610 aus der Pro R 18 Serie vorgestellt. Und zu guter Letzt ein schöner alter Volkswagen T1B Samba Bus in dieser tollen Rot-Weiß-Lackierung. Alle Modelle bis auf den Traktor sind aus Metall gefertigt und im Maßstab 1 zu 18. Solido hat auch einige Modelle vorgestellt. Unter anderem den allselbst bekannten echten Martin DB5 in Silber, also das Bandauto. Den VW Caddy MK1 von der Deutschen Post aus 1982 ist mal was anderes. Und jetzt noch ein bekannter, der Subaru Impreza 22B in Sonic Blue aus 1998. Alle Modelle im Metall gefertigt. Es gibt natürlich noch viele weitere Modelle, aber das ist meine persönliche Auswahl. Das ein oder andere Modell werde ich bestimmt hier vorstellen. Am liebsten würde ich euch natürlich alle zeigen, aber dazu brauche ich mehr Zuschauer oder Geld. Also guckt meine Videos in Dauerschleife und spendet viel Geld. Also Spaß beiseite. Was sagt ihr zu den Modellen? Habe ich welche vergessen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr wisst, lasst die Leute wissen. Und gebt diesem Video natürlich noch einen Daumen nach oben und empfehlt es vor allem auch allen euren Modellautofreunden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao.